Guten Tag, ich bin Daniel Gerlindo und komme aus Peru. Heute musiziere ich im Namen von Fix4Peace als Dankeschön für alle, die in der Klinik arbeiten, gerade in Corona-Zeiten und zur Freude für alle Kranken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. Das waren Lieder aus Südamerika und wir feiern auch Weihnachten. Das war die Geschichte von Maria und José, als sie geflogen sind oder geflüchtet sind. Und dann das letzte Lied war ein fröhliches Lied. Und da singt man, da freut sich man, dass das Kind ist geboren, also Jesus ist geboren. Und ich will dann einen Schluss machen mit deinem Lied. Ich glaube, sie kennen es sehr gut. Und damit wünsche ich euch alle frohe Weihnachten. Das war die Geschichte von Maria. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020